Was machen wir denn nur? Ich habe geduscht, gefrühstückt und noch immer was gemacht. Und mir ist noch immer langweilig. Was sollen wir heute nur tun? Wir zeichnen! Das war auch mal eine Idee! Super! Und was zeichnen wir heute nur? Wie wär's mit? Sonic! Ja! Und welche Sachen brauchen wir denn? Wir brauchen erstmal einen Bleistift, wenn man will. Einen Filzstift an den schwarzen Pinsel und eine Wasserfarbe. Wasser, ja. Wow! Aber zuerst müssen wir etwas drauf geben. Habe ich leider schon. Mir reicht das. Und du weißt, du machst das auf den Blättern. Also, könntest du ein bisschen Abstand halten? In 30 oder in 15 Sekunden werden die Bakterien schon weg sein. Ich habe schon gemacht. Aber was würden wir machen für die in der Quarantäne? Ja, wir werden heute Sonic zeichnen. Dafür werden wir brauchen einen Bleistift, einen Farbkasten, wenn ihr wollt. Ein Pinsel und ein Blatt Papier. Eine Wasserbox. Dann werden wir beginnen, den Kopf zu malen. Und dann den Körper. Nach dem Körper werden wir den Arm machen. Und dann beginnen wir mit den Beinen. Nach den Beinen machen wir die Stacheln an seinen Kopf und neben seinem Arm. Und das werdet ihr alles im Video sehen. Und ja. Die Schuhe werden wir dann auch noch machen. Und dann die Augen, Mund, Nase, seine Ohren. Richtig gut. Ja, und jetzt können wir beginnen. Ja. Die ersten vier. Wir bezeichnen jetzt Sonic. Dünne Seite, bitte. Und dann noch den Arm. Den Arm. Arm. Genau. Ja. Ich habe den Kreis. Und dann einen kleinen Kreis, gell? Na nicht so. Wollen. Nein. Bisschen einen. Also ja. Zuerst den Kopf. Dann die Arme. Genau so. Zack kreisen. Und dann zack, 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 zack. Und noch diese Dinge hier. Und dann noch so ganz weit unten. Und genau so wie ich es gemacht habe. Langsam und ganz leicht, wie ich es da gemacht habe. Sonic und Stacheln. So wie es aussieht. Wie ein Flugzeugflieger. Das ist mein Sonic. Ist ein Sonic ohne Augen. Das ist mein Sonic. Ist ein Sonic ohne Augen. Das ist mein Sonic. Ja. Ich weiß genau wie. Nochmal. Andere in der Hand. Hm. Ja. Könnte gut sein. Ein bisschen wegkladieren. Damit man sieht, wie es aussieht. Ja. Genau. Und dann Starten. Wie ein Beispiel. Jetzt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Soll ich super sonnig sein? So gut machst du das? Das sieht völlig blöd aus. Diesmal nicht. Oh nein, nicht, 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 nicht. Bitte überlebe, bitte übernehmen. Nein, bitte nicht. Hast du das? Da will ich zerbrechen. Oh, der überlebt. Er hat überlebt. Einmal vermischen. Nicht, was bitte? Sieht gut aus. Nein. Die Stachelnze. Die Augen auch. Nein. Die Nase. Die Nase muss durch. Guckst du mal an mein Wunderstück? Spaß. Wunder. Viel, viel, viel Wunder mäßig schreiben. Zeichnen. Genau. Zeich mal her. Zeich. Logik ist da. 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 Logik. Wie ist das nochmal gegangen? Klinge. Tsch, tsch. Tsch, tsch, tsch. Tsch, tsch, tsch-tsch, tsch. Tsch, 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 tsch. Hm. Nur noch die Schuhe. Und dass ich es noch mit Füllfeder nachts male. Ja, und noch mal Tänsel. Ah, okay, und jetzt? Ah, sieht gut aus. Und jetzt noch das. Jetzt der Super Sonic. Wow, Super Sonic. Ja, Sonic. Und jetzt werde ich zwei Farben vermischen. Das ist nicht gut. Wieso darf ich das nicht benutzen? Warum nicht? Gar nicht so schlimm. Ich werde Farben vermischen. Entschuldigung, guck, wie ich Farben vermische. Kann grad nicht. Oh nein, du tust das besser nicht. Lol. So, erstens das Weiße ist, damit man Farben vermischen kann. Oh nein, du tust das besser nicht. Das ist creepy. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020